Und ich will mich an dieser Stelle, ich will mich an dieser Stelle besonders an meine Freunde hier bei der Ramp bedanken, bei Captain Gonzo, für 25 Jahre, unglaubliches... Ich erinnere heute eigentlich keine Beleidung, sondern ein riesiges Abschiedsfest. Also wenn wir das so weit nach Hause, kann das so tragisch nach Hause gehen. Ein größeres Fest, ein größeres Abschiedsfest hat es noch nicht gegeben. Und wir sind nicht aus der Welt, wir sind noch da. Ihr seid noch da. Unsere Songs sind noch da. Und das nehmen wir mit in die Zukunft. Und deswegen gibt es keinen Grund, heute Abend traurig zu sein. Okay? Feiert euch doch mal richtig den Arsch ab heute! Zusammen mit euch! Applaus